Dann ergeben sich auf diesem Weg die besten und tollsten Dinge, die man nicht mal planen hätte können, wo man dann sagt, wow, das auch noch? Ja, das auch noch. Und manche Menschen machen sich oft Gedanken und sagen, ja, aber es ist noch nicht alles richtig, ich kann noch nicht starten. Ja, Servus, schön, dass du da bist. Schön, dass du auch bei diesem Video wieder mit dabei bist. Heute bin ich auf Skitour unterwegs und heute hat mich ein tiefes inneres Gefühl der Dankbarkeit überwältigt. Währenddem, dass ich meine Lieblingsübung gemacht habe, es hat mich, es hat mich gepackt, könnte ich sagen. Was ist meine Lieblingsübung? Meine Lieblingsübung ist, aktiv blöd zu schauen. Meine Umgebung zu beobachten, hier in der Natur ist das natürlich absolut wundervoll, sich selbst zu beobachten, sich selbst nicht ernst zu nehmen, seine Gedanken nicht ernst zu nehmen, sie einfach durchfließen zu lassen und so gut wie möglich im Hier und Jetzt zu sein und das zu sehen, was ist und genau bei dieser Übung hat mich ein unglaubliches Gefühl der Dankbarkeit überwältigt. Und diese Dankbarkeit gebe ich dir jetzt gerade mal so weiter. Danke, dass du da bist. Danke, dass du auf diesem oder auf anderen Kanälen bei mir dabei bist. Und ich freue mich sehr, wenn dir meine Impulse gefallen oder wenn dich meine Impulse sogar noch weiterbringen. Denn darum geht es. Kurze Impulse, die in der Praxis dann auch funktionieren. Und wenn wir schon dabei sind, der Weg ergibt sich immer beim Gehen. Und manche Menschen machen sich oft Gedanken und sagen, ja, aber es ist noch nicht alles richtig. Ich kann noch nicht starten. Alle Ampeln werden nie auf Grün sein. Nie. Das wird nie passieren. Einfach losgehen. Einfach losstarten. Aufs Risiko, dass mal was nicht funktioniert. Und der Weg ergibt sich immer beim Gehen. Immer. Und wenn man nicht allzu sehr zielfokussiert ist, dann ergeben sich auf diesem Weg die besten und tollsten Dinge, die man nicht mal planen hätte können. Wo man dann sagt, wow, das auch noch? Ja, das auch noch. Schön, wenn du auch beim nächsten Video wieder dabei bist. Wir sehen uns. Bis bald. Servus.